Hallo Leute auf dem Internet, mein Name ist CaptainChaos84, ich spiele in Kooperation mit Destroyer Nr. 77 und zusammen sind wir Team Aufzug, hast du sehr schön gesagt, ja ne, nach dem ganzen Desaster der letzten Wochen, du hast das Team Aufzug nicht gut gesagt, soll ich das nochmal sagen, Team Aufzug, das macht sich besser, das ist sehr gut, wir spielen den Story Mode von For Honor weiter, Kapitel 2, Mission 1, auch ja, die Räuber berauben, ich nehme den mit den Hörnchen, Ok, warum nicht, ich nehme den hier, ja die Räuber, die Räuber berauben wir, ich bin gespannt wie ein Schnitzel, oh jetzt krieg ich Hunger, oh Schnitzel geil, wenn ihr auch Schnitzel mögt, dann schreibt es in die Kommentare, ja und Süßkartoffelpommes, oh, boah, ein Jahr nachdem Apollion kam, unsere Karten, schnitzel, ja auch mal was, und die schlimmsten von uns fielen über die anderen her, wie Tiere, alles noch, er frage sich fett auf Kosten des eigenen Volkes, Ragnar war einer von ihnen, Ragnar, lasst uns feiern, Ragnar ist einer von den Vikings in der Serie, Ragnar Lothbrok oder wie der heißt, und deshalb steck ich aus den Bergen heran, ich schloss mich dem Kriegsblutclan an, und dann schritten wir endlich zur Tat, der ist mir gerade ans Herz gewachsen, ja, wir waren gekommen, um das Unkraut unseres Volkes zu jäten, ja dann, auf in die Schlacht, Made, das ist ja super, aber dieser Ragnar, das ist ja auch für das Ragnar re Federation, verantwortlich, hihi hi hi, Was war das denn jetzt? Da wollte gerade einer rauskommen, wie herzlos bist du? Guck mal, der ist voll cool. Ja, grill mit dem Peter. Aua. Brennt das Tor. Warum ist das nur Ditter? Ihr setzt euch zur Wehr? Hey, warum sind hier Ditter? Verstehe ich nicht. Warum liegt da Stroh? Warum liegt hier Stroh? Das Tor. Brennt das Tor nieder? Wie mache ich das denn? Oh. Ich brenne. Ich brenne. Du Brensch. Ich hau'n Feuer. So, ich ähm. Oh, Kartoffeln. Geil. Pommes. Bei mir redet ne Frau. Bei die? Auch eine Frau. Weil wir in deinem Game sind. Aha. Wir müssen das abfatteln. So, guck so. Zack. Ich muss das mit Steuerkreuz nach oben abfatteln. Ich hab nichts mit Steuerkreuz nach oben. Ah, jetzt hab ich was. Oh, was ist das? Oh, was ist das? Ja. Das ist irgendwie scheiße gemacht. Weil die sind blau, wir sind blau. Ich verstehe jetzt nicht ganz. Ich bin gleich tot. Cool. Das war... Das war scheiße. Das war richtig scheiße. Das war richtig scheiße. Oh, ich bin tot. ... Ich bin doch bei dir. Hallo, warum kann ich dich nicht wiederbeleben? Ich weiß nicht. Hier gibt's das zum zerstören. Hab die Kartoffeln. Checkpoint. Da hinten? Gibt's ja was. Ich habe ein ganz mieses Gefühl bei der Kampagne. Warum? Was macht dich so? Ich hasse Schilde. Oh Gott, ich bin tot. 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 das ist doch recht dürrt mir oder nicht mhm Ja Die Ritter haben sich den Wikingern angeschossen, nein umgekehrt Doch oder? Wie gehören sie denn? Na irgendwie schon Na ich weiß nicht Ja Ja Das war's auch wieder mit der Episode oder? Mit dieser Episode ist zu Ende Heute mal zur Abwechslung mal eine Weisheit von mir Da wo kein Eis liegt, kann man schneller rennen In diesem Sinne